Hallöchen, da bin ich wieder mit der liebe Trina! Hallo! Hallo! Und natürlich auch mit euch da draußen. Weiter geht's mit diesem wunderwunderwunderschönen Spiel, Nine Parchments. Und wir immer wunderwunderschön sterben. Ja, das können wir besonders gut, oder? Ich glaube auch, ja. Na, dann wollen wir mal weiter sterben. Miau. Oh, ich bin wieder Pechvogel und du bist der Retter. Tima ist unfähig. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, ich kann da oben gar nicht mehr hin? Hä? Wie, was? Wo? Oh. Warum kann ich nicht mehr hochscrollen? Wie hochscrollen? Ach so, ach guck mal, hier gibt's auch nochmal Punkte. Ich bin so doof, ich seh das jetzt erst. Frühlingsweihe, sieben Prozent schnellere Wiederbelebung. Dickes Fell, zwei Prozent Schadenswiderstand. Ja, nehme ich doch mal die schnellere Wiederbelebung. Ja. Ich hab... Das klingt nicht vertrauenswürdig. Nee, ich hab bei den Skillpunkten nicht gesehen, dass es da auch mehrere Reiter gibt, die du durchtappen kannst. Gibt es? Ja. Oh. Die gefährden Leute. Nein, geh weg. Ich bleib hier. Tschüss. Sind wir jetzt bei Game of Thrones? Winter is coming. Aha, ich glaub auch. Oh, äh, hiha. Nein. Mach mal meinen Feuerzauber bereit. Äh? Oh, ho, ho, ho. Oh. Da kommt noch einer. Ja. Au. Und da schmilzt der Nächste. Oh, nee. Jetzt sind wir gleich umreist. Ja, Moment. Ah. Oh Gott, da kommen noch viel mehr. Nein. Oh, Mann. Ähm, bitte? Ist das doch so ja ernst? Ah, ich bin gefangen. Nein. 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 Lass mich raus. Lass mich raus. Nein, schon wieder. Scheiße. Nein, ich kann nichts machen. Oh, Mann. Ich treffe... Ach, die können da durch, oder was? Frech. Ja, bravo. Bravissimo, bravissimo. Äh? Hä? Was ist denn da? Da ist irgendwas passiert. Oh, oh. Nein. Oh, oh. Jetzt römmen wir ihn. Oh! Entschuldigung. Oh, nein! Oh, wie mies! Nein! Da! Hast du Heilung? Ja, schön! Oh! Mano! Nein, das wollte ich nicht. Könntest du mal damit aufhören? Äh, da ist wer. Ja, pass mal auf. Dann, wie immer, Optionen, Spieleinstellungen. Zack! Einmal pro Folge muss das ja sein. Ja, natürlich. So, war hier unten irgendwas, ne? Sonst wär's ja nicht die Folge. Ja, stimmt. Aber das ist aber auch ärgerlich. Wir haben nachgeguckt. Man kann's im Nachhinein nicht mehr umstellen. Aber wenn wir jetzt ein privates Spiel angefangen hätten, ja, dann hätten wir wieder komplett von vorne anfangen dürfen. Das fanden wir irgendwie nicht so. Einmal finden? Nee, das ist... Ui, 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 ui. Prozent was zufügen, was Regenation von Zaubernacht teleportieren. Ich sehe den... Achso, warte mal, schnellere Zauberregeneration, Zauberladungen. Aber ich bleib mal bei dem. Ist hier noch irgendwo was? Gab doch nichts gesehen. Na dann. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon wieder vier Federn übersehen oder so. So, na guck mal, du kannst nämlich nach hinten noch durchtaben. Ja, bei mir sind da Schlösser, 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 Schlösser. Echt, bei mir oder bei den Mittleren? Bei mir bei beiden. Ah, weil ich die Erfolge nicht... Achso. Ich muss Erfolge haben, um das freizuschalten. Ja. Und da fehlen noch welche. Ah, okay. Vielleicht kommt das ja noch. Ach, muss ja. Oder auch nicht. Oh! Oh! Wow! Auch, wenn ich weiß, dass ich das jetzt auch zum zehnten Mal sage, aber hier bleibe ich. Wow! Alter, wie schön! Das wird doch für uns gemacht. Ja! Oh, Alter, was? Ich glaube, ich möchte hier den Baum so ein bisschen mittig drauf haben. Ich denke da eventuell schon mal an ein Thumbnail. Ich glaube auch. Schön. Wundervoll. Recht hast du. Oh, guck mal. Oh, mein Gott, der Boden. Ja, Mann! Ah! Och, Vogel. Oh, nee! Der ist doch immun gegen meinen Dingszauber. Ey, hör mal auf hier. Hör mal auf. Ähm. Es tut mir sehr leid. Ja, komm hierhin. Komm. Er kriegt die volle Dröhne. Ja, haha. Oh, Feder. Okay, die war jetzt aber auch nicht zu übersehen. Nicht wirklich. Aber hier hätten wir eh lang gemusste. Ja. Oh, nee. Oh. Oh. Ah, Truhe. Ja. Corneliushut. Eine schleustige Weihnachtsmütze. Ah, dann machst du die jetzt auch. Ah. Ich war gerade kurz beim überlegen, ob ich sie ändere. Aber jetzt sind ja diese Viecher gekommen. Ja, jetzt ist es gerade ungünstig, ne? Oh, du Sau. Hör auf, den zu heilen. Das ist eine absolute Oberfrechheit. Tö, tö, tö. Und er stirbt nicht. Doch. Der muss. Der wird auch gar nicht gefragt. Ja. Oh, ist das schön. Auch die Lampen. Hm. Oh. Das erinnert mich so an Minecraft, wo ich meinen Sakura-Tempel gebaut habe. Oh, ja. Ja. Ja, recht hat er. Oh, wie wunderschön. Oh, Vogel! Erstmal diese Viecher hier, die heilen. Oh. Ah ja, stimmt. Nö. Ich kümmere mich schon mal um den Vogel. Ah. Das Vieh ist tot. Nein, nicht in die Heilung, du Vogel. Ui. Oh mein Gott. Ist das wunderschön. Ja. Oh, was ist er denn hier? Nix. Wie schön. Oh, ja. Es ist ein bisschen wie It Takes Two. Du bist die ganze Zeit am Schwärmen und denkst, oh, jetzt wird es nicht mehr schöner und dann wird es doch wieder schöner. Ja, das stimmt. Oh. Dreckskerle. Oh, aua, 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 aua. Hi, hi, hi. So, die Gegner sind ja noch okay, aber... Weiter in den Himmel gucken. Oh mein Gott. Oh. I love it. Oh. Schön. Mal einmal kurz gucken, ob hier unten was war. Ne, ne? Ich glaube nicht. Nö. Nein, nachdem wir jetzt immer so viel übersehen haben, bin ich da skeptisch. Ja, okay. Hast du recht. Oh. 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 Kann ich eigentlich? Warte mal, das muss ich jetzt probieren. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in einer Pfütze ertrunken, weißt du das? Mach doch den Kopf nach oben! Das war doch kein Gegner! Sag das nicht zu laut. Wer weiß, was das Spiel sonst macht. Oh, das sieht... diese Figuren sind immer auch so nach Questingern aus. Aber irgendwie nicht. Zwerg! Oh, Achtung! Oh, wieder so ein Schwein. Lass die nicht da reinlaufen! Nein! Entschuldigung, Entschuldigung! Ich... Der ist weg! Und zack, zack, zack! Burn! Ah! Und jetzt kommst du dran, du Schwein! Du Schwein! Oh! Was ist das hier, eine Echse? Die haben irgendwie... Das sieht aus wie eine Schildkröte! Und die hat auch einen Panzer auf dem Rücken! Stimmt, ja! Oh, wundervoll! Einfach nur wundervoll! Mit sowas kriegt man mich immer! Ja, nicht nur dich! Ui! Auch alles so asiatisch angehaucht! Das liebe ich ja! Ui! Warte mal, da könnte ich eventuell... Hä, wo ist der denn bitte hochgegangen? Oben! Ja, wow! Der ist doch runtergefallen! Ja, okay! Ah! Nein! Hä? Oh, ich bin von der Klippe gefallen! Oh! Ich bin da oben! Ja, ja! Nicht, dass du wieder runter rennst! Ah! Doch sowas nicht! Der ist doch nicht so... Der ist doch nicht so... Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! wundervoll ja Erfahrungspunkte Ich setze mir jetzt den Weihnachtshut auf Ja, dann mache ich da doch mit Wir sind doch hier so schön im Partner-Look Wie die Teppen vom Dienst Ja, sind wir ja auch Was? Wer hat das gesagt? Was? Hä? Oh, guck mal, Kiste Da hat die Brücke kaputt gemacht AIE Aua Ich liebe diese Animation Ja, das ist so cool Ach man, ich dachte, ich erwische das Ding noch Ich hab mich nicht getraut Jetzt aber Jawohl, ja Nein, in den Teich springe ich nicht Ich will das nicht Ich versuche Ah, die Heiler hier Aua, aua Okay, Heiler down Ah, nein, nein, nein Lass mich Porsche Stufe 20 Oh, schön Und deine Feder Ja Oh, noch die Glühwürmchen da unten Guck mal Wolltest du auch mal eine Teiche trinken? Ja Ich wollte sie anfassen Ah, schön Oh, uns fehlt wieder eine Feder, was? Ach nö Ach man, ey Unfassbar Unglaublich hier Oh, guck, heute warst du der Retter Oh Aber wir sind wieder unfähig Ja Ich weiß gar nicht, bis was Für ein Level das geht Oh, ich auch nicht Oh, liebliche Bäume Ja, so sieht das auch aus Oh, ist hier hinten was? Ach, guck mal Ach, guck mal Aha Ui Die Spürnase Ein Stücker Detektiv Da hast du recht Ja Oh, wow Was ist denn mit euch? Das sind Schlangen Yo Oh, die sind voll schön Guck mal, die sind pink und lila Und die eine ist rot und lila Oh, nee, die sind beide rot Gerade sah das so pink aus Blau? 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 Ui Die springen ja richtig Ach, scheiße Da hab ich zu früh gezündet Uiuiuiuiuiui Rudolf, was gut Stühbirne Hm Weiße Fässer kann ich kaputt machen Aber die Vasen hier nicht Die sind bestimmt, weiß ich nicht Aus Titan Stühle? Nee, die Vasen hier Nee, ich meinte das hier Sind das Stühle? Ja, das sieht so aus Ja Aber ich habe einen kleinen Boah, da fliegt was Oh, ja Ich habe einen mini kleinen Kritikpunkt an diesem Spiel Ich würde mir echt ein bisschen mehr Interaktion mit der Umwelt hier wünschen Ja, das stimmt Das finde ich immer schade Weißt du, am Anfang konntest du alles kaputt machen und überhaupt Und jetzt geht gar nichts mehr irgendwie Ja So, und wenn es nur ist, dass man sich auf die Stühle da oben setzen kann Weißt du, einfach so ein paar Kleinigkeiten Ja, das stimmt Da, Feder Wo? Ach, da Ja Oh, warte, wir müssen hier Wir müssen hier landen Oh, nein, du bist nicht Ha-ha-ho-ha Oh, nein, du bist nicht Ah, oh Oh, oh, eh, oh Vorsicht Oh Ah, sehr gut Natürlich rennt er jetzt da durch Was ein blöd Arsch Das hat gar keinen Sinn Blödis Echt Oh, schön Oh Hä, wo ist die Feder hin? Ich glaube, du hast sie gerade noch gekriegt Echt? Na, ich glaube nicht, dass sie einfach verschwindet, oder? Ich habe keine Ahnung Vielleicht habe ich sie eingesammelt, oder auch nicht Warte, guck mal kurz Wir haben zwei von fünf, doch müsste Oh, okay Oh, kann man die einsammeln? Wahrscheinlich nicht, aber Nee Weil die da so schwebt Hm Ah, hier ist noch eine Aha Das Tal der Federn Mhm Tschüss Tschüss Oh, ein Brunnen Du kannst ja nichts machen Du kannst ja nichts machen Ja, oh Ich feuer wieder einfach alles irgendwo hin Oh Voll gegrillt Ja, Mann Oh Echt, echt cool hier Ja Wie verschnörkelnd die Treppe ist Ja Was machst du da? Ich, ähm Ich tue Dinge Aua, warum Du bist mal auf den Kopf gestiegen Jetzt hat der Kopf weh Oh Das tut mir sehr leid Dann nehmen sie doch was von Ja, nee Ich rede nicht weiter Da gibt's doch was von Einer bestimmten Firma Von Werbung Ja Das kenne ich aus der Werbung Oh, je bobo Oh, je bobo Jetzt bin ich tot Oh Das ist hier meine Ja, ja, klar Das ist hier meine Spezialität Ja, was denn Vergeltung, bitte Ah, nein Ich hätte nicht gewusst Wahrscheinlich hast du's gewusst Ja Oh Das sind ja ganz viele Schlangen Sie hat mich um Um, 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 um Um die Dingeste hier Oh Ah, guck mal Ah, sie fisst mich gleich Boah Tut sie das nochmal? Ne, tut sie nicht Der Schlangentanz Der Schlangentanz Schade, ich dachte Sie macht das nochmal Das sah ja witzig aus Bisschen Oh Oh Oh, ja Schön Mal kurz hier hinter Scheint nichts zu sein Doch, da war der Speichervorgang Hä, wo bin ich denn? Hilfe, hallo Wir werden eingeschlossen Das finde ich nicht in Ordnung Ich mach mal Vorsichtshalber hier schon mal Ja Oh Äh Sollte aber gehen, ne? Da ja Ja Oh wow Hey Was haben sie getan, bitte? Ach, der eine hat mich die ganze Zeit mit seinem Strahl erwischt Super Strahl Lass mich in Ruhe Warte, bei dem müsste doch der Feuerball voll gut sein Oder auch nicht Das finde ich Hä, aber das ist doch ein Eisding Dann halt nicht Okay So ganz muss man diese Logik nicht verstehen Hä, ist das ein Hebel? Ne Ne, aber schön ist es Wirklich, wirklich wundervoll Oh Mist, ich wollte dich nicht treffen Hast du? Ja, ich hab schon Oh Und ich bin da voll durch die Suppe gelatscht Oh, das war ein guter Feuerball Ach, da geht's weiter Ah Mist, ich hätte da oben gern noch geguckt Oh Ah ne, hier ist aber glaube ich gar nichts Ich eie Ich eie Oh Oh, guck mal, diese Statuen Ja Oh, hör mal, diese Schlangen wahrscheinlich Ah ne Ah Hier Was machen die da in meiner Heilung? Geh weg Geh raus Nein, das meine ich immer Ich sehe dann diese blöden Kanten nicht Und dann bin ich tot Aber selber schuld Fiese, fiese, fiese Der eine backt dahinter der Statue fest So kann er auch bleiben Ja, gerne Kein Problem mit Oh, guck mal Ich hole ne Feder Ja Schön Weiß nicht Überlebt nicht mal den Kampf Und du holst einfach nebenbei noch die Feder Ja Äh Na gut Erstmal du Kanker Ich sehe Geh weg Ich schlage dich Mit meinem Stab Ach Jetzt auf einmal Hm Kommt er da raus Aus seinem Loch Oh, da ist ne Kiste Ja, wollte ich auch grad sagen Oh, und du hast Verdolfus Hut Nimm's wohl gut Oh Ich glaub, hier geht's nicht weiter Aber hier Ja, ich meinte doch Die Seite, für die ich mich entschieden hatte Hm Hä? Hm Ne, ich geh da nicht runter Hoho Ja, dann können wir hier noch eben einmal die Runde machen Oh, ich seh gar nix vor lauter Rosa Ja, gar nix Oh Oh Ne Wo bin ich? Ich häng hier fest Äh Achso, aber hier Ja, vielleicht Nö Eher nicht so Dann gehen wir Ah, knapp Da Arbeit Ja Da sind wir unter Pechvogel, du Ach ja Ja gut, dann würde ich doch aber sagen Dass wir uns an der Stelle doch ganz praktischerweise verabschieden können Ja, da hast du recht Dann wünsche ich euch Noch einen schönen Tag Einen schönen Abend Einen schönen Morgen Wann auch immer ihr, dass ihr das Video guckt Und Danke, dass ihr zugeschaut habt Und bis zur nächsten Folge Ja Tschüss 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 Vielen Dank.